hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf vw travel ich bin der torsten und es geht um dieses auto hier unser adria camper kastenwagen 640 slb wir haben jetzt seit vier jahren wir sind sehr sehr viele schöne touren oder wir haben sehr sehr viele schöne touren gemacht und ich möchte heute einmal ein video darüber machen was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen am ende gibt es ein fazit und würden wir diesen wagen wieder kaufen oder gibt es vielleicht doch etwas was uns so sehr stört dass wir sagen nein das nächste mal besser einen anderen los geht's so bevor es jetzt losgeht muss ich mich doch noch mal melden ich habe nämlich beim schneiden festgestellt dass es das video so lang wird mit innen und außen dass ich zwei videos draus machen werde also jetzt gibt es hier den ersten teil von diesem video und ein paar tage später gibt es dann den zweiten teil von diesem video besser ich merke es jetzt allzu spät weil zu lange videos mag ich selber auch nicht trotz der kapitel marken die auch hier unter diesem video sein werden also vielen dank fürs zuschauen und da wünsche ich euch viel spaß mit den videos über den slb 640 von adria so und nachdem ich gerade eben schon hier zwei westenstiche abbekommen habe habe ich gedacht fangen wir gleich außen an wir gehen von vorne nach hinten dann gehen wir rein und ich hoffe ich vergesse nichts ich habe mir etwas notiert so dass ich hoffentlich nichts vergesse aber wahrscheinlich werde ich etwas vergessen also fangen wir gleich mal hier außen an dazu nehme ich jetzt mal in die kamera in die hand und da sieht man vielleicht gleich unseren unsere maut box wir haben eine maut 1 box das ist unsere dritte box die wir haben wir haben einiges an erfahrungen gesammelt mit den maut boxen also dass die dritte mit der sind wir sehr zufrieden habe ich auch schon mal ein video gemacht schaut gerne euch das video an übrigens alle gadgets und zubehör was ich hier habe oder zumindest ein großteil davon findet ihr unten in der video beschreibung falls euch die produkte interessieren schaut da gerne mal rein und wenn euch interessiert warum es hier solche schrammen gibt auch darüber habe ich schon mal ein video gemacht ist uns nämlich jetzt kürzlich erst passiert da wurden wir auf der autobahn gerammt und gibt es auch ein video dazu also gehen wir weiter das fahrzeug ist in eisengrau gefällt uns an für sich wirklich sehr gut wir sind da so ein bisschen stealth unterwegs wenn wir abends unterwegs sind und die jalousien alle hoch haben dann sind wir tatsächlich also es kaum zu sehen dass wir innen licht haben fangen wir mal hier gleich an das sind die die scheiben s7 heißen die glaube ich die sind abgedunkelt und das heißt vor allem wenn von innen dann die jalousien hoch sind man sieht nichts dann kommen wir gleich zum ersten teil womo sicherheit habe ich mir gekauft hier kann ich gleich noch mal von innen zeigen wie das funktioniert erschwert es diese scheiben hier aufzumachen das ist die toilettenscheibe haben wir es nicht hier hinten haben wir auch noch einmal so ganz im grunde an allen fenstern bis auf das toilettenfenster erwähnen muss ich natürlich auch noch dass wir hier ein prickstopp gemacht haben die meisten von euch werden es wissen hier gibt es ja eine schwachstelle unten drunter das heißt wenn man hier ein ein loch rein hämmert und schraubenzieher dann hat man die möglichkeit die ganze zentralverriegelung hier aufzumachen die sprickstopp hier verhindert das weil hier hinten eine stahlplatte verbaut ist also das auch noch mal zum thema sicherheit der aufmerksame zuschauer wird es gesehen haben wir haben eine soganlage gleich von anfang an mit eingebaut das heißt die gerüche werden hier rausgezogen und die kriegt dann der nachbar ab und hier ist auch der abwasserhahn das beziehungsweise das muss man hier reinstecken und dann öffnen und da komme ich jetzt auch schon mal gleich zum ersten kleinen problem was wir haben das ist eine sache die erst kürzlich aufgetaucht ist wir wollten unser abwasser entleeren und zwar komplett entleeren weil wir den wagen dann wieder abgestellt haben er war relativ voll und das wasser ließ sich nicht entleeren was ist passiert dieser abwasserhahn hier vorne ließ sich im grunde normalerweise macht man den eine viertel drehung nach vorne eine viertel drehung nach hinten dann hat man den auf oder zu und dann geht das wasser raus alles kein problem plötzlich drehte der aber quasi durch und das war ein problem wir haben es dann nachher lösen können und zwar habe ich mich dann und das auto gelegt und da muss man sagen gibt es im grunde zwei elemente das eine element muss auf das andere element auf so ein stab greifen leider sieht man nichts unten drunter man kann es also wirklich nur erfüllen und wenn dies nicht zusammengreift dann dann dreht er einfach durch und das wasser geht nicht auf weil der eine hebel der von der seite kommt und auf das ran muss was von der seite kommt die waren offensichtlich auseinander gerutscht und dann hat das nicht funktioniert ich glaube ich habe es jetzt hingekriegt wir werden es feststellen beim nächsten wasser beladen und dann vor allem auch entladen ansonsten muss man mal in die werkstatt weil dadurch dass wir einen wagen haben der auch frostsicher ist haben wir natürlich so eine schicht styropor unten drunter man sieht im grunde gar nichts sondern das ist alles im grunde versteckt muss es ja auch so sein sonst würde es ja einfrieren sondern kommen auch gleich zu den reifen das hier sind allterrain reifen k02 von bridgestone ich habe keinen vergleich zu anderen reifen weil ich die von anfang an drauf habe ich bin jahrelang jeep gefahren da hatten wir mt reifen drauf matt tires reifen also insofern wollte ich auch ein ganz kleines bisschen schön haben und habe hier gleich von anfang an die original reifen getauscht gegen diese reifen ich habe übrigens noch ein original reifen zu verkaufen wen das interessiert ich werde demnächst mal was ins video stellen mit den ganzen daten und so weiter niegelnagelneu der ist also noch nicht einmal gefahren weil an so einem auto hat man ja immer fünf reifen bin ich sehr zufrieden mit natürlich werden sie etwas lauter sein als andere herkömmliche reifen aber ich finde sie optisch ganz schön und man kommt dann auch vielleicht mal durch das ein oder andere gelände ein bisschen besser durch es ist ja kein allrad ja ich werde vielleicht ein liter mehr sprit verbrauchen aber das hält sich wirklich in grenzen der verbrauch hier ist sowieso finde ich gigantisch für so einen koffer den man hier durch die gegend fährt also wir haben ungefähr einen verbrauch von neun liter neun komma liter also auf alle fälle unter zehn liter seitdem wir den wagen hier haben also da bin ich ganz zufrieden mit auf nässe muss ich sagen da wird es ein bisschen schwammig aber gut wenn man das weiß kann man sich darauf einstellen und vielleicht wird es beim nächsten mal werden das die general grabber ich glaube die passen auch auf das auto weil wir sind ja aufgelastet dazu kommen wir aber gleich noch so dann geht es hier nach hinten hier haben wir unseren fünften reifen und ja das sieht doof aus ich weiß dummerweise wird bei den autos mit heavy fahrwerk werden die silbernen felgen ausgeliefert von ducato und bei den autos mit bis 3,5 tonnen werden die schwarzen ausgeliefert ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal schwarz machen weil diese original felgen sind so schweinemäßig teuer dass ich mir das ganz gerne sparen möchte ich habe hier von overland equipment ich glaube die sitzen in thüringen man mag mich da korrigieren habe ich mir diese einheit hier hinten gekauft finde ich wirklich sehr sehr schön wir haben hier eine eine leiter das heißt das wird hier ausgeklappt dann kommt man im grunde nach oben wenn man da vielleicht mal die solarplatten sauber machen muss oder ähnliches sollte man allerdings nicht vergessen wieder hoch zu klappen weil wenn die tür aufgeht und das hier ist runter geklappt dann braucht man auch ein neues rücklicht ja hier ist also der ersatz reifen drauf auch natürlich der all-terrain reifen wie gesagt wenn die fahrräder draufstehen dann sieht es gar nicht so schlimm aus ja hier oben ist auch gleich die halterung von den fahrrädern und hier haben wir noch eine schöne große box und es ist auch wasserdicht hier ist eine gummiumrandung wir haben übrigens das ist nicht zur show das machen wir wirklich sehr gerne dran das ist ein ja ein tarnnetz wie man sieht hier so sahara farben ich habe das tatsächlich in der sahara bei jemanden gesehen fand ich sehr gut denn es bietet schatten und gleichzeitig kommt luft durch wir haben immer vorhänge davor gemacht oder große handtücher oder badehandtücher strand handtücher irgendwas drüber gelegt und das ist zwar auch schön man kriegt schatten aber es kommt kein wind durch und hier kann ich wirklich nur jedem empfehlen gibt es auch in dezenten farben ich finde die farbe ist dezent gibt es auch in schreienden farben oder in grün wollten wir es nicht haben blau schwarz hat mir sehr gut gefallen gab es aber nicht also das kann ich wirklich nur empfehlen bietet schatten lässt luft durch beim aufmachen der heckgarage heißt es natürlich kopf weg sonst kopf ab und das geht aber anderen mit anderen fahrradträgern die hinten hängen auch so ja das ist unsere heckgarage die übliche heckgarage ausreichend platz vor uns hier ist also alles mit dabei hier ist unser gas schrank momentan leer weil wir haben eine aluflasche die habe ich vorhin gewechselt wir haben nur eine mono control keine duo control und eine gas flasche reicht uns auch warum uns eine gas flasche hier wäre platz für zwei gas flaschen warum uns eine gas flasche reicht dazu komme ich gleich schauen wir noch mal eben hier rein das hier habe ich noch nie gebraucht aber ich sehe das übrigens genauso wie winden oder sandbleche oder eben diese dinger hier das sind rollbare land sandbleche von lescas ich sehe so etwas wie so ein erste hilfe koffer es ist gut wenn du es dabei hast und du bist froh wenn du es nicht brauchst davon haben wir natürlich zwei und dann haben wir hier unseren albfilter und ich werde demnächst hier noch ein filter innen einbauen so dass wir einmal gefiltertes wasser reinlassen und dann auch gefiltertes wasser wieder rausholen vielleicht noch ganz kurz weil ich das hier gerade sehe hier sind so scharniere drin die scharniere sind teilweise schon ersetzt von mir gegen wesentlich stärkere scharniere kann man sich im internet kaufen ist kein problem kostet nicht viel geld kriegt man gut hingeschraubt habe ich auch innen drin schon einige gemacht weil das hier da das geht ganz gerne mal ein bisschen kaputt aber ich glaube das ist eine sache damit muss man läden keine riesig große kritik ist einfach so wie es ist hier haben wir unser unser alles was mit wasser zu tun hat ich habe hier einen beziehungsweise zwei schläuche zwei trink wasser schläuche von quarts sind sehr sehr teuer aber wir nehmen auch nur unsere eigenen wasser schläuche und hier findet sich dann noch alles was mit adaptern zu tun hat das haben wir im grunde alles hier in diesen zwei kisten ein paar gasflaschen einen vernünftigen hammer mein name ist ja torsten und torsten kommt ja von tor der mann mit dem hammer deswegen haben wir hier auch einen vernünftigen hammer hier haben wir unsere auffahrkeile das nächste was ich hier noch einbauen werde ist einen schwerlast auszug weil sonst kriege ich rücken wenn ich da hinten zu häufig zu häufig hin muss hier oben sehen wir unsere markise die wir haben und was man vielleicht auch sieht das sind diese industrie klettbänder die ich dran gemacht habe einmal vorne einmal hinten warum habe ich industrie klettbänder drin weil uns etwas passiert ist was uns wahrscheinlich nie wieder im leben passieren wird uns ist auf der autobahn hinter barcelona bei einem wirklich starken wind die markise abgeflogen gibt es übrigens ein video davon könnt ihr euch gerne anschauen deswegen habe ich das jetzt für den fall dass die markise wieder ein ganz klein bisschen aufgehen sollte durch unterdruck vielleicht habe ich jetzt industrie klettbänder dran gemacht ja vorstellung bestimmen unser verhalten deswegen ist es so wir haben nämlich eine zuziehhilfe ich hasse das wenn abends die campingbusse neben einem stehen oder auch kastenwagen und dann wird die tür zugehauen ich mag andere auch nicht stören deswegen finde ich das ganz gut dass wir hier diesen zuziehhilfe haben was ich ganz toll finde wir können unseren tisch den können wir hier einhaken wenn man mal keine viecher hat die einen nerven dann kann man den tisch ganz einfach hier wegnehmen der da steht und den hier vorne anhängen bevor man hinten alles groß rum räumt ist eigentlich eine ganz tolle idee das hier funktioniert auch ganz gut was nicht gut funktioniert hat das war diese diese kunststoffblende die hier vor war die ist also immer wieder hier aus der schiene raus gegangen da gibt es tatsächlich so ein metall teil wenn man sich das nicht selber zusammen biegen will dann muss man das sich von seinem händler holen der es wahrscheinlich haben wird also es gibt so etwas verbaut wird aber etwas anderes die logik muss mir mal jemand erklären außer natürlich dass dieses teil vielleicht 35 cent mehr kostet und dann haben wir natürlich hier noch unsere unseren kompressor zum luft ablassen luft rauslassen für unsere goldschmidt anlage ja und hier möchte ich das video erst einmal beenden ich hatte ja vorhin schon gesagt es ist doch länger geworden als ich gedacht habe insofern ist jetzt schluss mit dem ersten teil ich hoffe ich konnte euch ein bisschen zeigen was ich hier alles habe angebracht und ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist muss jeder für sich entscheiden wir sind sehr zufrieden bisher mit dem was wir getan haben und in dem zweiten video wird es darum gehen was wir hier innen alles noch verändert haben denn also im auto wisst ihr sicherlich auch kann man sehr sehr viel verändern und wie gesagt noch mal der hinweis die ganzen oder ein großteil der dinge die wir hier eingebaut haben die sind auch unten in der beschreibung box bis dahin erstmal vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video servus bis zum nächsten video